Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Mami, kann man eigentlich bei Rot über die Ampel gehen? Die Mama sagt. Natürlich, solange wo immer die Hände schön oben hetzt. Fragt das Kind. Aber warum muss ich die Hände oben halten? Sagt die Mama. Damit sie wie im Krankenhaus leichter das Leibahn ausziehen können. Der Montagswitz. Das war's.